Was ist die Verbindung zwischen Progesteron und Gewichtszunahme? Trotz gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung nehmen viele Frauen im Alter zwischen 35 und 55 etwas zu. Dies wird oft durch ein Hormonungleichgewicht verursacht. Die Forschung zeigt, dass die Hormonspiegel von Progesteron und Gewichtszunahme eng miteinander zusammenhängen. Wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, sinkt ihr Progesteron-Spiegel. Niedrigere Mengen dieses weiblichen Sexualhormons können für viele Symptome der Menopause verantwortlich sein, einschließlich sowohl der Gewichtszunahme als auch des Gefühls oder des Aussehens, auch wenn kein Gewicht tatsächlich gewonnen wurde. Frauen, die in den Wechseljahren sind, behalten oft Wasser. Wassergewicht und Blähungen werden durch erniedrigte Progesteron-Spiegel verursacht. Dies führt möglicherweise nicht zu einer Fettzunahme, aber die Kleidung einer Frau fühlt sich möglicherweise etwas enger an und sie fühlt sich möglicherweise schwerer. Niedrige Progesteron-Spiegel können auch dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel einer Frau schwankt. Wenn dies geschieht, kann sie hungriger werden und mehr essen. Sie könnte auch versucht sein, mehr zuckerhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen, was zu einer Gewichtszunahme führt. Niedrige Progesteron-Spiegel können auch den Stoffwechsel verlangsamen, was bedeutet, dass eine Frau möglicherweise an Gewicht zunimmt, während sie dieselben Kalorien wie zuvor isst. Eine weitere Beziehung zwischen Progesteron und Gewichtszunahme ergibt sich aus Stimmungsschwankungen, die häufig auf ein Hormon- und Gleichgewicht zurückzuführen sind. Wenn der Serotonin- und Endorphinspiegel im Gehirn sinkt, kann es bei einer Frau zu Stimmungsschwankungen, Depressionen und Angstzuständen kommen. Wenn dies geschieht, wendet sich eine Frau instinktiv Nahrungsmitteln wie Schokolade zu, um diesen Serotonin-Spiegel zu erhöhen. Wenn eine Frau die Wechseljahre durchmacht, kann sie unter Heißhungeradarken leiden, die denen ähneln, die häufig im Rahmen des Prennströlen-Syndroms auftreten. Anders als beim Prennströlen-Syndrom kehren ihre Hormone nicht auf ein normales Niveau zurück, da das Ungleichgewicht bestehen bleibt. Daher kann das Verlangen nach Nahrungsmitteln länger dauern als in der Vergangenheit, so dass sie mehr Nahrungsmittel zu sich nimmt, die zu einer Gewichtszunahme führen. Ein weiterer Zusammenhang zwischen Progesteron und Gewichtszunahme kann durch eine Hormonersatztherapie entstehen. Ein Arzt kann Progesteron zusammen mit Östrogen verschreiben, um die Symptome der Menopause wie Hitzewahlungen und Nome zu minimieren. Progesteron gibt es in zwei Formen, natürlich und synthetisch. Synthetisches Progesteron hat mehrere Nebenwirkungen, darunter Gewichtszunahme, Flüssigkeitsretention, Brustspannen und Migräne, und eine Frau kann ein höheres Risiko für Herzerkrankungen haben. Obwohl natürliches Progesteron weniger Nebenwirkungen hat, kann es nicht jeder einnehmen, auch Frauen, die allergisch gegen Erdnüsse sind. Eine Person kann helfen, die Verbindung zwischen Progesteron und Gewichtszunahme durch eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse und anderen Nahrungsmitteln, die reich an Ballaststoffen sind, zu beeinträchtigen. Die Aufnahme von koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee- und alkoholfreien Getränken sollte ebenfalls begrenzt werden. Diese können die Wasserrückhaltung verschlimmern.